Hallo ihr Lieben, euer Girl, Silvio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game für den Game Boy. Ich hab mich echt tot gesucht, ich hab ihn nicht gefunden, einen doofen Kopf. Kein Imakuni. Gut, dann kommt er hier. Unser Freund und Kupferstecher. Der gute Alex. Alex, wie auch immer. Hi, ich bin Alex, der meiste Psycho-Club. Du bist derjenige, der die Clubs besucht, um die Mindalien zu gewinnen. Oh ja, ich das weiß, weil ich über hellseerische Fähigkeiten verfüge. Okay, da will ich mal meine neue Taktik testen gegen dein Deck. Are you ready? My body is ready. Wenn du gegen mich antrittst, dann spielen wir um sechs Preise. Bereit? Psycho-Club-Meister Alex, bizarra Psy-Shock-Deck. Ja, bizarr ist der Name, in der Tat. Bizarr, bizarr. Oh Gott, der hat doch die Simsala. Das wird lustig. Heftig. Heftig, heftig. Gar keinen Bock auf das olle Simsala. Okay, doch. Mach Holla haben wir schon mal. Der Scheiß ist gegen Psycho. Aber Trauer aus der Psycho-Resistenz. Edge-Bitch, Edge-Bitch. Machen wir ja mal auch schon. Läuft. Oh, Anfang können besser sein, können schlechter sein. Ne, Mensch. Jetzt nehme ich es erst recht. Anzufangen ist immer gut. Vor allem, wenn wir am Bill sofort ziert. Schwupp, schwupp. Buh, Buh. Buh. Give me cards. Topf der Gier. Ah, und jetzt haben wir die ultimative Kombo. Schi und Schiller. Womit der Typen Schanera. Ich werde auch mal Hollow genommen. Was war das denn jetzt? Womit der Schanera. Okay, Kumpel. Du hast es ja nicht anders gewollt. Okay. Dann ist es halt so. Dann kommt der Macho Mai. Du hast mich schworen. Du hast... Der Feuerlieder auch schon. Was habt ihr mit Schanera und Kangama und... Was ist da los? Boah, heftig. Wir haben gleich schon einen Tourtalk. Wie viel Glück kann man denn haben? Fehlen nur Maschok, ne? Können die Opfer noch... Nein, 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 nein. Ich könnte jetzt ein bisschen was dafür aufgeben, aber nee. Vielleicht kriegen wir ja noch Maschok. Maschok. Macho Mai wäre halt nur nett. Dich könnte ich opfern. Du Opfer. Machen wir erst mal so. Machen wir erst mal so. Machen wir erst mal so. Machen wir jetzt. Werde ich sicherlich nicht Opfern für Maschok. Pass auf, dass es ein Alakas der Hand nicht bekommt. Sein Sim Salah. Ja. Wird leider auf hinauslaufen. Ich sehe es jetzt schon. Nicht gut. Ich brauche einen Plan B. Plan B heißt Professor Eich. Das mache mal auf. Ist leider so. Machen wir weg. Was soll ich denn machen, ihr Lieben? Was soll ich denn machen? Weil er tötet doch mit Sim Salah sowieso. Das mache mal hier sofort. Was habe ich davon? Richtig, davon habe ich nichts. Ja, schön, dass der jetzt ready ist. Nur noch mal holler. Ja. Stirb sowieso sofort. Ja, wenn du meinst. Lass bei Twitter ruhig die Energie dran. Hätte ich auch gemacht. Ja. Muss ja auch mal was machen, ihr. Tau raus. Ah ja. Kaum lege ich eine Energie an, beginnt der Müll wieder, ne? Ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest. Na gut. Natürlich habe ich Pech. Ich brauche es nur noch mal 20. Weil dann tötet er sich selbst mit riesigen Quoteckel. Komm nach Zeit, du Doofkopf. Rückzugkosten. Nur eins. Hatte ich anders in Erinnerung. Ups, warum mache ich das? Nur um zu sehen, dass mein Münzwurf wieder fällt. Mit so einem Löffel in der Hand. Hey, ich bin selber Kadabra. Wenn ich gedacht, dass ich gegen Real-Life-Kadabra kämpfen muss, ja. Mit so einem neuen Löffel. Da ist Maschok, I guess. Nur Machomai werde ich wohl nie wieder sehen. Sad life. Maschok. 100 Damage. Reicht? Nein, er hat 120. Steht das, wie viel Energie da hat? 120. Was wird das, wenn es fertig ist? Ey, es nervt. Ich könnte auch was jetzt zurückziehen, aber ob das jetzt so schlau ist, strategisch. Da eigentlich zu bezweifeln. Dann kriege ich nicht super Psych-Lack rein. Maschok ist tot, wenn gucke ich blöd aus der Wäsche. Ne, mache ich deswegen auch nicht. Wir stampfen weiter rum. Ja, ich stampfe gleich auch im Real-Life. Verwut, ey. Was ist das schon wieder hier mit dem Lack? Schick das Chanea zurück auf die Bank und jetzt kommt dann der Chanea. Tolle Wurst, ey. Immerhin keine Zähne knirschen. Und immerhin die 30. Das ist halt so ein Stollen, wenn es gut ist, weil er so viel Energie hat. Basisproko mit 120. Gib dir das mal. Findet ihr schon, was alles oder nichts tut, Tag? Jetzt kennt ihr es. 50 Damage. Viert Kadabra. Nicht 50, ne? 60. Natürlich hat er 60. Braucht noch eine Wasserenergie. Natürlich hat er 60. Luft wird aber jetzt auch dünner für Chanea. Chanea. Oder auch nicht. Ich zähle eine Kniaschen, nehme ich schon wieder. Was ist das für ein Angriff, ey? Zähle eine Kniaschen, was soll das? Du musst aufpassen, mit den Karten haben nicht mehr so viele. Double Water Energy. Let's go. Let's go. Ja, meinetwegen. Dann hast du es halt. Ja, Schadensdorch. Ja, ich bin so cool. Ich bin Alex. Ich bin der Coolste. Na, es ist so gefährlich, wie der Dr. Mason sagt. Wetten wir nicht. 30. Und nur bei Kopf verwirrt. Hä, ist doch komplett garbage aus dem Salat. Ist daran jetzt so gefährlich? Ich frage nur für eine Freundin. Ich weiß auch nicht. Gefällt mir überhaupt nicht, das Viech. Nicht gut, nicht gut. Aber 10 Schaden und Schaneer ist Geschichte. Tauscht natürlich mit der anderen Schaneer. Noch mehr Zeit zu schinden. So ein Blödkopf, ey. Hat genug Energie. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ach, weil Taurus Resistenz hat. Oh Gott, ich verstehe. Oh, Taurus. Lass dich knudeln. Ich liebe dich gerade, weil der Resistenz hat. Die Simsala ist so schlecht, dass es ihm nicht wo was bringt. Haha, ist das geil. Es war nur zu sehen, dass wir relativ... Äh, äh. Ich glaube, ich werde gemillt, wenn das so weitergeht. Das ist natürlich eher weniger. Cool. Jetzt bräuchte ich den Spiel damit. Den ganzen Quatsch, wenn er ins Deck mische. Hoffentlich dann nur eine Quatsch ziehe. Kein Shit für dich. Arctus auch bei dir. Also im Salat 80, ne. Das ist echt zum Kotzen. Da muss er ja drinnen bleiben, leider. Hat ein Maschok, kann es nicht benutzen. Das ist hier mein Name. Ja, toll. Ich glaube, das verliere ich, weil ich gemillt wäre. 15 Runden noch. Dumm gelaufen. Hätte ich mal dort das Maschok ausgespielt. Und wäre es halt geschoben. Simsalat nervt halt langsam. Aber wisst ihr was? Jetzt kommt Arctus. Ja. Jetzt kommt Arctus. Mir ist egal. Es ist mir jetzt egal. Scharnier ist Geschichte. Jetzt kommt so ein hässliches Insalat. Kommt Fu-Strahl. Fühlt sich cool. War mich verwirrt. Ja. Toll. Ich muss halt jetzt langsam was machen. Ich hab halt... Ihr seht es selbst. Es ist so nicht funktioniert. Ich hab halt gleich keine Karten mehr. Dann verliere ich auch. Ja, toll. Wurst. Das ist jetzt echt scheiße. Confusion. Kacke. Das finde ich jetzt eher weniger witzig. Da geht mal Schock hin, ne? Das finde ich jetzt nicht ganz so witzig. Das muss ich ehrlich sagen. Das noch weniger. Toll. Klasse. Was soll ich dazu nur sagen? Ja, Schadensdorch. Toll. Puh, ne. Deswegen halt hier ganz Scharnier. Ist klar. Noch ein Winter. Sonst noch ein Wunsch, Monsieur. Sonst noch ein Wunsch. Gut. Der werde ich dir jetzt komplett Full Power ins Gesicht schmeißen. Sprich, die 60 von Turtur kriegt er jetzt. Oh, da. Geil. Ihr nehmlich habt Glück mit Arctus und macht Kopf. Dann verliert er nämlich so einen scheiß Scharnier aus. Das wäre auch eine Idee, ne? Sieht eigentlich so gut aus. Aber irgendwie auch nicht. Weil die Zeit hat langsam. Zu viele Karten. Und tschüss. Das kommt davon. Schadensdorch. Tolle Fähigkeit. Ich werde schon neidisch. Tod. Jetzt. Pass auf. Ah, ne. Der hat noch nicht. Okay. Trotzdem. Scharnier ist einfach Geschichte. Und wir bekommen Professor. Ich wollte jetzt überhaupt nicht. Ja, Schadensdorch. Ich, ich, ich. Ich fühle mich cool. Ich bin Alex. Toll. Ich bin noch ein Simsala. Aber das sagt mir nicht, dass das wahr ist. Lass es. Danke. Wenigstens hat er nicht immer das Glück. Boah, das kannst du fast gar nicht besiegen. Das Simsala ist doch nicht so schlecht. So schlecht ist es jetzt nicht. Gibt da bessere Pokémon, ne? Bisschen. So, Blizzard. Hoffentlich. Kopf. Und da ist der Kopf. Es wird einfach eiskalt gepanischt. Diese elendige Strategie mit seinen Banken Pokémon. Es wird eiskalt gepanischt. Kann gar mal dauern. Ja, wie lange willst du? Ich schaue noch weiter, mein Kumpel. Obwohl ich diese ganzen Karten ziehe. Gedöns. Wie er meint, ne? Seinen Schadensdorch. Wie er meint. Ja, sieben Karten ziehen. Vielleicht überholt es mich ja noch. Hör auf, mir den Mist. Irgendwann muss er immer Glück haben. Ja, nicht gut. Nicht gut, wird er nicht. Gib mir mal vier Energiekarten. Krass. Klappt eh nicht. Oh, doch, es klappt. Ja, Mensch. Habe ich aber Glück gehabt. Was? Leider diesmal kein Kopf. Oh, ist egal. Ist okay. 250 für sein widerliches Zimsalada. Oh, es nervt. Den kriegst du nicht tot. Nur mit einem Psycho-Programm. Als ob ich Psycho gegen Psycho spiele. Ist einfach nur nervig, das Zimsalada. So toll finde ich es nicht. Aber gutes Deck. So Tanki, Poco, wie Chaneas, dass du Zimsalada gar nicht tot bekommst. Widerlich. Echt schämlich für das Deck. Er hat gleich keine Karten mehr, der Trottel. Dein verdammter Ernst. Jetzt kann er. Der spielt zwei Zimsalada in einem Deck. Was soll ich dazu nur sagen? Echt. Gib mal hier was Vernünftiges her. So Wasserenergie hätte ich ganz gern. Dann kann man das Arctus nämlich auch noch fit machen. Zugang habe ich auch nicht umsonst. Oh Gott, Leute. Die Zeit. Der spielt auf Zeit, der Trottel. Kumpel, langsam wird es ein bisschen brenzlig. Meinst du nicht? Natürlich kriegt der Kopf. Fett mal. Trish. Was habt ihr denn? Egal. Echt. Womit rechnet ihr denn? Was denn nicht Kopf bekommt? Seid ihr denn für Helden? Natürlich kriegt der Kopf. Alles oder nichts. Und ich bekomme alles. Danke dafür. Goodbye. Tja, jetzt kannst du nicht mehr rumstolen mit deinen Schadensmagen. Jetzt kommt das andere nervige Zimsalada. Mann, ey. Natürlich ist es auch Ausguss. Nee. Nicht der Doofkopf. Den nimmst du nicht. Nee, 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 nee. Geh weg hier. Pantymaus nimmst du nicht. Nee, 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 nee. Gut. Bei dem würde ich mich nicht besiegen können. Wisst ihr, wie das läuft für Pantymaus? Boah, langsam. Ich will ja nichts sagen. Boah, langsam. Jetzt ist es ungemütlich. Hi, du Pamp. Nein, ich bin ja noch... Okay. Alles gut. Voll vergessen. Ich habe eh Glück. Zack. Ich beschwere mich immer, dass ich kein Glück habe. Und jetzt... Gleich kommt Arctus. Macht 10 auf die Bank. Und er ist verloren, Kumpel. Also ganz wie du denkst, funktioniert das nicht. Und Arctus kommt. Er wird kommen. Welches Kopfball habe ich gewonnen? 1 Milliarden Preise ziehen. Komm schon. Zieh 1 Milliarden Preise, Arctus. Ich glaube an dich. Das ist der Geilste. So. Zimzala ist sowieso tot. Oh. Nein, aber meinetwegen. Dann tötet die jetzt halt alle 1. Wäre auch zu cool gewesen. Boah, das ist ein spannendes Mitch. Nein. Leute, ich verliere, ne? Ich wüsste ja, dass ich verliere. Ich weiß nicht, wie ich das noch öhnen soll. Boah, Ack. Oh, ne. Vorbei, Nocturne ist jetzt mein Held. Und Tauros war bei Kopf zu viel Damage. Nocturne ist jetzt mein Held. Komm, Nocturne, wir rocken die Bule. Wupp, wupp. 20. Nächste Runde ist vorbei. Der hat aber auch ein nerviges Deck. Muss man ihm ja lassen. Mit Pokémon Center und so ein Rotz. Der ultimative Staller. Nein, nur drei Karten. Leute, was ist denn da los? Special Punch. Wupp, wupp. So schön, die 80. Oh Gott, Leute. Es zieht sich langsam zu, ne? Die Schlinge zieht sich so langsam zu. Komm, nur noch ein Preis. Als ob der so gewinnen will, Alex. Was ist da los? Was ist das denn für eine ehrenlose Aktion? Ja, gut. Der hat nur 20 aus. Das war's. Oh, im letzten Zug gewonnen. Sachen gibt's. Die gibt's. Wie viele Karten habe ich auf Hand? Eins, zwei, drei, vier, drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, okay. Pass mal auf, ich hätte jetzt den Spieler gemacht, wenn ich jetzt nur eine Karte ziehe. Der hätte sich nämlich in den Spiel ist umgedreht. Ah! Okay, Alex. Du ehrenloser Bastard. Ich zeig dir jetzt, wie ehrenlos du bist. So, Karte zählen. Noch zwei Karten. Dumm gelaufen. Ja, mach doch. Besieg mich. Töte mich. Tu, was du mir nicht lassen kannst. So, jetzt schleiche ihn mit seinem eigenen Deck. Ja, zieh mal schöne Karte. Die nächste Karte ist dein Untergang. Boah, ich bin so böse, ne? Ich hab langsam Angst vor mir selbst. So, jetzt. Meine letzte Karte. Nein! Ich wurde gemeldet. Tja, Alex. Genau das wollte es mir niemand. So, jetzt. Nein! Karte abheben, unmöglich. Keine Karten im Deck. Verloren. Haben wir das auch mal gesehen. Einfach gemeldet. Er hat keine Karten mehr. Und darum ist das Spiel ziemlich geil. Für solche Situationen. Hä? Ich hab verloren. Es muss wirklich gut sein. Dann versuchst du legendären Pokémon-Karten zu haben. Hier, dann nimm die Psyche-Medalien. Für echte Psychopathen. Big Brother is watching me. Und hier, nimm diese Labor-Booster-Packung. Und immer nur Schrott drin ist. Mewtwo krieg ich ja eh nie. Hier. Verlärmlich. Ich kommentiere aus dem Quappo gar nicht mehr. Das ist jetzt das zehnte Quappo. Kein Quappse. Kein Quappo-Zie. Ich denke über eine neue Strategie nach. Also komm später nochmal wieder. Ich warte auf dich. Ja. Der ist nicht mehr zu retten, der Typ. Genau wie Imacuni. Wo ist der? Der ist auch nicht mehr zu retten. Imacuni. Where are you my best friend? Where are you my friend? Imacuni. Spiel leckt wieder rum wie sonst was. Mein PC. Threadripper kann einfach der Emulator nicht handeln. Das ist einmal zu heftig. Ja, da muss ich noch ein reines Kampfdeck machen. Das wird auch spannend. Och komm schon. Warum ist der Imacuni in den da? Kein Imacuni für uns. Ich vermisse ihn. Wir sind vor 23 Minuten. Dein Gottverdammter Ernst. Okay, dann weiß ich was wir tun. Kämpfen nochmal gegen den Hunter. Der hat nämlich nur ein letztes Deck im Angebot. Haha, mein letztes Deck willst du sehen. Oh, let's go. Pflanzenpsycho. Mit Psycho kämen wir uns jetzt aus. Gucken, was er drauf hat. Sollte man natürlich mit Feuer oder so besuchen. Ah ja, mit Feuerkarten sieht's ganz schlecht aus. Kein Lavados, nichts. Kein Gurag, gar nichts, ey. Oh, Jugon. Äh, nur Arctus. Ich hab irgendwie Austaus gelesen. So lange nehm ich schon auf. Darauf erst mal Energy. Prost. Mal gucken, wie gut das Deck ist. Oh. Ne, ich hab... Willst du mal mein cooles Pflanzenpsycho-Deck sehen? Ich hab Tauros. Toll, bräuch ich überhaupt gar nicht fertig machen. Kamer, ich will ja auch mal Arctus. Ready. 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 Zu stark, das Tauros. Natürlich kriegt er Kopf, oder? Natürlich. Ist er, ich gehe halt nicht ohne Grund vom Schlimmsten immer aus. Weil's halt immer so ist in dem Spiel. Ist leider die bittere Wahl. Hey, vielleicht krieg ich ja gleich auch den Stun mit. Arctus. Komm, gib's mehr. Gib's mehr. Was ist denn da los, Adrian? Sieben zer kaputt. Bär, 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 bär. Keine Kampfenergie kann mir nicht stunden bleiben. Wir brauchen hier ein bisschen Card-Draw. Der hat ja immer viel Card-Draw in seinen Decks. Bär, 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 bär. Den Eich, den brauche ich jetzt nicht. Ne, den brauche ich nicht. Der Spieler, ey. Boah, war der eben geil. Also, wer behauptet Spieler seine schlechte Karte, Professor Eich in jeder Situation unterlegen, ist es einfach schlichtweg nicht richtig. Seht ihr, doch. Stimmt einfach nicht. Eben war der Spieler besser als Professor Eich. Ich freue mich, weil ich nur die One-Karte hatte. Cool, Water-Energie für das andere. Arctus, ja. So schaut's aus. So, und jetzt darf ich auch mal Kopf bekommen, ne? Danke. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ich war schon immer eine, die sich für Gerechtigkeit einsetzt. Und jetzt kommt der Pay-Off. Juhui. Damit ist ein Trauerhausgeschichte. Zum Love für dich, Adrian. Adrian. Boah, wir haben Tour-Talk, wir haben Schill-Talk, aber kein Schill. Was ist denn das für ein Saftladen, vor allem? Ja, Leute, Arctus, One-Bird-Show, ne? Man kennt's. Oh, wie schade, ich hab die Lähmung nicht bekommen. Ach so, du bist sowieso tot. Mensch. Ja, nach dem Pilentier. Tomato. Oh, Winter. Kein Bock auf Arctus mehr. Was soll das denn jetzt? Mach holo. Haha, du hast die Schwäche. Mach's doch tot. Ich brauch das nicht. Hm. Alright, okay. Äh, was ist ein Cringe-Fest? Ich hätt' so gern'n Schi, ne? Ich hätt' so gern'n Schi. Und das hol' ich mir jetzt auch. Das hol' ich mir jetzt auch. Schiggi. Tom, jetzt Computersuche ist so krass. Du kannst einfach rausholen, was du brauchst. In jeder Situation das Beste. Das ist halt so gut, ne? Das glaubt ihr nicht. Ich hab' gehört, gleich kommt Arctus. Hab' ich so gehört. Weiß auch nicht, woher ich das aufgeschnappt hab'. Hast du auch Hypno? Hypno hast du nicht, ne? Adrian. Natürlich kriegt er die Konfusion. Dann ist er ich zurückgezogen. Aber jetzt wollte ich das gar nicht probieren. Verwirrung in dem Spiel ist noch Broken Knights und Pokémon selbst. Das will schon was heißen. Ja, das hat er jetzt schon zwei Preise. Das ist how it is. Passiert aber jetzt 50 von Arctus. Macht er jetzt Pfund? Konfustreiter auch 20 gemacht. Verstehe ich das nicht. Einfach nur komisch. Das war der Plan. Schön die Energiekarten loswerden. Das ist das andere Arctus. Wir haben noch die Tranks. Wir haben noch der Eich. Läuft bei uns. Jetzt gibt's den Blizzard Traumato-Tod. Egal, ob ich 10 Schaden bekomme. Ne. Das Spiel ist umgedreht. Du bekommst 10 Schaden. Ich find die Attacke irgendwie seltsam. Einfach der Duel oder die Gegner. Zweischneidiges Schwert. Oh, ne. Macht er nicht eigentlich 60 Schaden oder so? Tja. Mit einer Energiekarte auf jeden Fall nicht hier für den Bildungsauftrag von ZDF. Ne, 50. Warte. Erst die hier. Jetzt die Wasser-Energie. Ich will ja nichts sagen, Kumpel. Aber es sieht nicht gut aus für dich. 50 reicht auch für Pinsir. Und er bekommt noch die Extra. Was das ausmacht, ne? Diese 10 Extra-Schaden. Nein, jetzt spiele ich auch mit Plus-Power. Werde ich nicht tun. Oh, ich hoffe, ihr bekommt noch ein vernünftiges Feuer-Deck. Ey, das gibt's doch nicht. Nimmt doch die Elektro-Arena. Elektro-Club. Alles perfekt gelaufen. So. Sieht noch mächtiger aus jetzt, Arctos. Ungelähmt. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Tja, Adrian, ich weiß auch nicht. Nicht dein Tag, was? Kommst du jetzt in die Viertrockner? Ja, Arctos ist auch echt grob. Wie viele Games hat uns Arctos schon gewonnen? Ich möchte es gar nicht wissen. Damit haben wir alle Decks von Adrian-Musik. Gibt er uns jetzt noch extra aus? Alle Decks von Adrian-Musik. Haha, da ist alle Decks von Adrian-Musik. Erstmal ein paar Energy-Cards. Haha, wie sieht es aus? Ja, küsst nichts. Haha, weil ich ein schlechter Verlierer bin. So, ihr Lieben. Äh, Deck löschen. Ja. Für Decks kann man nicht speichern. Boah, 60 Stück. Im Nachfeuerlein nur 50. Doof, ne? Killer Turtle Deck. Wir haben es gesaved. Geil. Das ist wahrscheinlich der ultimative Grinch hier. Die anderen Decks. Absolut garbage. Ich würde es auch gar nicht wissen. Die Medaille müssen wir irgendwann noch einfügen. Mal sehen, was hier was neu ist. Wir nehmen jetzt nämlich das Psycho-Macher-Mail-Deck. Ja, hast nicht alle Karten dumm gelaufen. Kein Sinusala. Kein Pantinus. Äh, das ist bestimmt komplett Müll. Ich will mir das ja gerne mal angucken, um mich darüber lustig zu machen. Ja. Ich stelle es mir aus, wenn ich genug Karten hier lege. Ja. Also, welche Clubs fehlen noch? Fehlt. Der blöde Pflanzengluck, ne? Ja. Im nächsten Part habe ich auf jeden Fall ein richtig geiles Kampfdeck. Wartet mal. Im nächsten Part habe ich ein richtig geiles Kampfdeck. Ach, die mal gucken. Die suchen mal hier offscreen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne verholen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure. Bis jetzt wieder. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Tschau. Tschau.